Willkommen zur nächsten und für heute letzten Runde. Sagen wir mal, aus den ersten beiden Gesprächsrunden und aus den beiden Vorträgen haben wir eine Menge Stoff für die Diskussion und zwar auch für eine durchaus höflich kontroverse Diskussion. Wir werden mal sehen, was wir davon alles aufnehmen können in dieser zweiten Runde, die ja durchaus auch ihre eigenen Aspekte mit in die Debatte einbringen soll. Sie haben jetzt ein kombiniertes Podium vor sich mit zwei Sprechern, die Sie schon kennen, die ich deshalb auch nicht mehr vorstellen muss aus der ersten Runde. Walter Russell Mead und Professor Herfried Münkler. Ich freue mich sehr, neu begrüßen zu können Katrin Göring-Eckardt. Auch sie muss ich wohl hier nicht vorstellen, allen bekannt als Fraktionsvorsitzende der Grünen seit 1998 im Bundestag mit einer Vorgeschichte aus der Bürgerbewegung der DDR und ich bin gespannt, ob das hier auch eine Rolle spielen wird in unserer Diskussion. Herzlich willkommen, Katrin. Und der zweite, den ich hier neu begrüßen möchte, Dr. Rahul Saga. Er ist außerordentlicher Professor für Geopolitikwissenschaft am Yale College an der National University von Singapur und der Lee Kuan Yew School of Public Policy eben dort. Er hat also inzwischen seine zumindest wissenschaftliche Basis im Zentrum des asiatischen Wirtschaftsbooms. Zuvor war er Dozent im Fachbereich Politikwissenschaft an der Princeton University. Seine vorrangigen Forschungsinteressen liegen auf den Gebieten politische Theorie und öffentliche Ordnung, also genau dem Generalthema, um das es hier geht. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Und ich würde auch gerne mit Ihnen beginnen mit der ganz einfachen und fundamentalen Frage, wie sich diese Diskussion für Sie anhört, sozusagen aus der amerikanisch-asiatischen Perspektive, die Sie repräsentieren und zu der Sie ja auch sehr intensiv forschen. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist Indien. Also ist das, sozusagen das Selbstgespräch einer absteigenden ehemaligen Weltmacht, Europa, was wir hier führen? Hat das irgendeine Relevanz für die politische Diskussion und die neue Orientierung in Asien? Und gibt es da zumindest eine Anschlussfähigkeit zwischen diesem Diskurs über Demokratie und autoritäre Regimes und neue Weltordnung mit dem, was gegenwärtig in dieser neuen Weltregion abgeht? So, thank you very much for having me here and for that provocative question. And I hope you'll excuse the perhaps equally provocative answer. So, I think, at least speaking from an American perspective, I wish more pragmatism of the sort that Professor Munkler displayed in the previous session, which is pragmatism or prudence about the capacities and the possibilities and the abilities of the West, not just Europe, but also the United States, which have shown themselves to be pretty incapable, incapable of building basic infrastructure, much less building democracy or spreading it. So pragmatism, I think I'm all in favor of. From the Asien perspective is where I think I have to say the more provocative things, which is please don't just be pragmatic, be humane. And by being humane, I mean have some sense of understanding. The world is not waiting to be saved by you. The world would be grateful if you saved yourself and left the world to itself. And I don't mean that from a sense of, again, my mother's side of the family is Swiss, my father's side is Indian, my wife is Chinese, my daughter is American. So I don't really stand for a particular point of view. I don't mean to represent China or India and bang a drum and say, get out of here, you silly people, or something like that. What I mean is, you have to try and understand what's happening in these societies from within, not by holding up a banner of an idea or a value, and not caring about the reality on the ground. What makes India, China, particularly China, I know Russia a little bit less than I do China, certainly, I know something about Iran. What these societies are responding to are two or three different things, none of those are what are being talked about here. The first is all of these societies, but above all else, China, where I was just, I've just come here from Shanghai, spent the last two weeks there talking to people in the Communist Party. The thing that all these societies are responding to, above everything else, is history. They have been suppressed, or they have suffered colonialism. This is not to attack the West. History is what it is. But they have been, as they see it, the victims of colonialism. And the phrase that struck me that I I heard again and again in China, I've spent quite a bit of time there, but most recently, with the South China Sea, and asking people there, and the answer I got every time was the same thing. It's our time. History is on our side, finally. These societies are responding to the sense that they were once the losers, and now, the prospect of being winners is somewhere on the horizon. These are not, these are not societies that are waiting to be tutored in the ideals of political theory. These are societies that wish to strive, to achieve, and maybe even to dominate. So that's point one. Point two is that what the people in these societies want is wealth. They want freedom, but not necessarily your kind of freedom. What they understand by freedom, or not necessarily even my or our kind of freedom, if I speak from an American perspective, on their ranking of values, well-being, by which I mean the basic kinds of economic development, increases in per capita income, increases in the provision of health, increases in the reduction in corruption, and so on. Those are the day-to-day basic things that matter to them. Not grand ideas about public deliberation, not grand ideas about civic discourse, not grand ideas about multiculturalism spoken abstractly. For them, it is about, by and large, economic growth and the delivery of the world. of public goods. So when you're a member of a Chinese or an Indian or an Iranian society, when you ask them what are you willing to die for, they're not willing to die for democracy. They're willing to die for their country. They're patriotic. They're willing to die for a better life, which is why many of them get on boats or get underneath buses and carriages and whatever and try and make it to the West. They're willing to die for a better lifestyle. So democracy is important. Democracy is a universal value, but it's not the only value, and it's not the first value. For these societies that are reappearing and reemerging, they ask for a different kind of pragmatism, not just a pragmatism about our or your limitations, a pragmatism about their circumstances or their context or their histories. This is the worst kind of humanism, to force them to be free, to say that you haven't read your Rousseau. You can only be free, you can only determine yourself if you vote. Their response is you can only be free if you can live your life with dignity, and that means being able to provide for yourself, provide for your family, and believe that you belong to a society that's no longer defeated. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war nochmal eine, nicht nur historische, eine Erinnerung daran, dass es hier nicht einfach um einen herrschaftsfreien Diskurs geht oder um einen Diskurs, der losgelöst werden könnte von imperialer und kolonialer Geschichte. Sondern auch in gewisser Weise eine Ermahnung zur Demut an uns selbst. Jetzt umgekehrt die Frage an Katrin Göring-Eckardt eingedenkt der, ich würde sagen, hyperrealpolitischen Ermahnungen aus den ersten Runden, vor allem von Herrn Münkler, was er nicht nur bedeutete, macht uns ehrlich, was wir wirklich bereit sind einzusetzen. Was wir wirklich bewegen können, sondern was doch eine ziemlich klare Ansage war, dass sowas wie wertorientierte Außenpolitik etwas ist, was entweder illusionär ist oder was wir uns nicht wirklich leisten können. Was setzt du dem gegenüber aus einer grünen Perspektive? Die Grünen stehen für wertorientierte Außenpolitik, sie stehen für internationale Geltung von demokratischen Standards, von Menschenrechten, auch als Leitlinie für Außenpolitik. Was folgt daraus im Hinblick auf die Konflikte, über die wir jetzt diskutiert haben? Ich finde ja richtig, einen pragmatischen Ansatz zu fragen, ob wir alles können oder besser gesagt, was wir eigentlich tatsächlich können, wo wir uns einmischen, wo wir uns engagieren. Das finde ich völlig richtig, weil in der Tat, das können wir nicht überall und wir können auch nicht alles. Was wir aber in jedem Fall und immer können, das ist unsere Werte, unsere demokratischen Rechte und unsere Freiheit zu verteidigen und diesen Wert nicht einfach ad absurdum zu führen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite aufzugeben. Ich fände das verrückt. Ich fände es nicht deswegen verrückt, weil wir sagen, das ist das Einzige und das ist das, was über allem steht. Aber gleichzeitig kann man ja sagen, es kann jemandem so gut gehen, wie auch immer. Der kann Wohlstand haben, der kann Lifestyle erleben, dem kann es etwas besser gehen. Aber ohne die Freiheit ist das eben dann mal ganz schnell auch plötzlich alles nichts mehr. Ich sage das mal biografisch, mir ging es in der DDR jetzt nicht so schlecht. Meine Eltern haben ganz gut verdient und ich hatte die Chance, Abitur zu machen, durfte nicht ganz das studieren, was ich wollte, aber c'est la vie. Und trotzdem ging es mir nicht schlecht. Aber immer in dem Augenblick, wo irgendjemand meinen konnte, dass das, was ich irgendwo gesagt habe, nicht mit der Staatsdoktrin übereinstimmt, konnte ich eben auch im Knast landen. Und deswegen ist das Wohlergehen und deswegen ist der Wohlstand und deswegen ist die einigermaßen Ruhe, die wir ja erlebt haben, nichts wert, wenn die Freiheit nicht dabei ist. Und deswegen bin ich fest überzeugt, dass wir über Pragmatismus reden können. Ich bin fest überzeugt, aber auch, dass wir das nicht zynisch nach dem Motto machen sollten, wir lassen das andere weg. Wie stabil und wie sicher sind denn Autokratien tatsächlich? Also ich würde sagen, ungefähr so wie ein Atomkraftwerk. Solange das einigermaßen funktioniert und Strom gibt, ganz schön, aber wenn es den GAU, den Super-GAU gibt oder auch nur, wenn ein Flugzeug reinfliegt, dann hat sich die Sache erledigt. Und dann ist eben nichts mehr stabil, sondern dann kippt das komplette System. Und deswegen bin ich genauso fest davon überzeugt, dass wir in all den Ländern, über die wir heute hier gesprochen haben, bei all den Krisenherden, eins nicht vergessen dürfen, dass es überall Leute gibt, die für diese Freiheit eintreten. Die ihr Leben riskiert haben oder es verloren haben, im Konflikt mit der Ukraine ist uns das ja ganz besonders vor Augen, für das, was wir leben. Offensichtlich ist das ja mit der Demokratie und mit der Freiheit nach wie vor ziemlich anziehend, wenn man sich dafür auf den Maidan stellt. Wenn man sich dafür ins Feuer stellt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und dass wir dann sagen, ach liebe Leute, wir gucken mal, was wir wirklich können und militärisch werden wir euch nicht helfen können, das ist dann nicht konsequent genug. Nein, ich finde genau andersrum. Wenn wir der festen Meinung sind, dass ein Konflikt dort nicht militärisch zu gewinnen ist, da sind wir wahrscheinlich auch relativ schnell einig. Dann müssen wir doch überlegen, was gibt es denn für andere Möglichkeiten, was gibt es für ökonomische Möglichkeiten, was gibt es für Möglichkeiten, tatsächlich die Zivilgesellschaft zu stärken, was gibt es für Möglichkeiten, diejenigen zu stärken, die dort Demokratie implementieren werden. Und ganz sicher, das wird nicht in einem Jahr gehen, das wird auch nicht in zwei Jahren gehen, aber sollten wir deswegen dann ganz schnell aufgeben, eben gerade nicht. Wir demokratische Entwicklungen brauchen, die brauchen ziemlich lange. Wir sehen das bis heute in Ostdeutschland, dass die in Tröglitz kein Flüchtlingsheim wollen, hat vielleicht mit allem Möglichen zu tun, aber vielleicht auch damit, dass eben manches, was man an Implementierung von Demokratie, von Erfahrung, von dem, was man davon gewinnen kann, nicht über Nacht geht und auch nicht innerhalb von zwei, drei Jahren. Und deswegen finde ich, eines können wir nicht aufgeben, unseren Anspruch für uns, die Freiheit zu behalten, für uns die demokratischen Werte zu vertreten und wir werden sie nicht überall so implementieren können, wie wir das wollen. Das haben wir in Afghanistan in der Tat gelernt. Was wir aber auch gelernt haben und was ich gelernt habe, ist, es ist zehnmal besser, wenn unter schwierigsten Bedingungen eine Generation von Mädchen zu großen Teilen in die Schule gehen kann, als wenn sie das nicht können. Und da hat sich was geändert und das wird auch in Erinnerung bleiben und diese Veränderung, die wird auch was auswirken, da bin ich fest überzeugt davon. Ich habe nochmal eine Rückfrage. Was würdest du entgegnen zu dem Argument von Herrn Münkler, wir brauchen Russland als Partner in der Befriedung der großen Konflikte, die sich an der europäischen Peripherie abspielen, vor allem im nahen Mittleren Osten. Und das ist wichtiger, wichtiger als der Ukraine eine Brücke nach Europa zu bauen. Ich würde sofort, ja, also ich antworte mal auf deine Frage. Ich würde sagen, natürlich müssen wir im Dialog mit Russland bleiben. Natürlich müssen wir versuchen, dort, wo es gemeinsame Interessen gibt und ich würde sagen, das ist ein gemeinsames Interesse, versuchen Konflikte gemeinsam zu lösen. Das ist aber keine Begründung dafür zu sagen, zum Beispiel bei G8, dann laden wir mal in eine Wertegemeinschaft ein, in die Russland jetzt im Moment nicht gehört. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass das beides muss man gegeneinander ausspielen, aber muss klar sein. Ich bin auch davon überzeugt, dass es Russland mitnichten nur um Macht und Geld geht. Nein, es geht um Einflusssphären und eine nationale Identität. Identität, das meinen die doch. Und das ist nicht nur Macht und Geld, sondern da ist was anderes dahinter. Da ist so viel Ideologie dabei, da ist fast was Religiöses dabei, dass man, finde ich, eben nicht sagen kann, da geht es nur um die Frage, wohin man eigentlich seine Rohstoffe verkaufen will. Oder da geht es nur um die Frage, wie viel Macht man eigentlich demonstrieren kann. Da geht es um eine Ausweitung, in der Tat, um eine territoriale Ausweitung. Aber es geht eben auch um Hegemonie und diese Hegemonie findet nicht nur in territorialen Fragen statt, sondern eben auch im Denken und genau in diesem autokratischen Denken. Habe ich Sie missverstanden, Herr Münkler? Ja, 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 also ich meine, meine Position ist jetzt nicht, die alleine zu lassen, sondern den Teil der Ukraine, der in freien Wahlen sich sein Parlament und seinen Präsidenten gesucht hat, den werden wir unterstützen. Das ist auch ganz klar, das wird uns sehr viel Geld kosten. Denn dazu gehört ein ziemlicher Umbau der Strukturen, die Zurückdrängung der Oligarchen, eine korruptionsresistente Verwaltungselite und derlei mehr. Das sind zentrale Voraussetzungen und in die müssen wir uns auch entsprechend einbringen, natürlich. Aber wir müssen natürlich auch gewichten, was sind die Probleme, mit denen wir es zu tun haben und was sind die Herausforderungen. Und wenn ich gesagt habe, wir brauchen Russland als strategischen Partner, dann jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, dass wir mit den Russen Arm in Arm in Libyen oder wo auch immer einmarschieren würden. Nein, keineswegs, sondern wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir nichts, aber auch gar nichts hinbekommen in dieser Region, wenn die Russen als Gegenspieler dort auftreten und sozusagen den Preis immer weiter erhöhen und andere Gruppierungen. Wir könnten uns vielleicht mit Ihnen darüber verständigen, in welchen Bereichen die Europäische Union oder von mir aus auch die NATO und in welchen Bereichen die Russen das Sagen haben. Also zu sagen, dass man durchaus zu einer solchen Vorstellung von Einflusszonen greift, ohne dass man damit bereit ist zu sagen, wir liefern euch diese Regionen aus, aber respektiert, dass es Empfindlichkeiten gibt. Ich glaube, dass eines der zentralen Probleme gewissermaßen die Vergessenheit bei der Europäischen Union gegenüber den Befindlichkeiten der Russland in der Frage der Ukraine gewesen ist, die zu diesem Desaster geführt hat. Also um es zuzuspitzen, eine gewisse Form von geopolitischer Dummheit. War es also ein Fehler der Ukraine, die Assoziierung mit der Europäischen Union in Aussicht zu stellen? Nein, das war sicher kein Fehler, aber man hätte diese Verhandlungen mit einer gewissen Sensibilität auf die Befindlichkeiten in Moskau führen müssen. Ich will das mal veranschaulichen. Für die politisch-militärische Elite in Moskau oder in St. Petersburg stellte sich das Ganze als ein Einkreisungsproblem dar. Nun kann man sagen, das stimmt ja überhaupt nicht, es war gar keine Einkreisung. Das ist aber egal. Wenn es sich für sie darstellt, dann ist es für sie ein solches. Sie haben im Prinzip, sie waren eine Macht an der Ostsee, seit Peter dem Großen, aber sie sind heute keine mehr. Und dieses Problem haben sie am Schwarzen Meer gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich unter diesen Umständen sage, okay, wir müssen sie schon behandeln und wir dürfen die Ukraine nicht so nah an uns ranlassen, weil sie sonst verschnupft sind. Sondern das heißt, dass ich das realisieren muss, worauf ich mich einlasse. Das hat aber weder Lady Ashton noch hat das Barroso getan. Sie hatten überhaupt gar keine Vorstellung, was passiert. Hätten sie eine Vorstellung gehabt, dann hätten sie entweder die Russen integriert oder aber sie hätten gewusst, wie die Russen reagieren werden. Dann hätten sie einen Plan B gehabt, den haben sie nicht gehabt. Das ist das, was mich aufregt, sozusagen mit viel Gerede und Geschwätz über Demokratie und Assoziierung und nah an Europa herankommen, rumlaufen. Aber dann, wenn es ernst wird, die Leute letzten Endes alleine lassen. Und das muss man ja sagen. Hat man die Ukraine alleine gelassen. Das ist keine Großtat der Demokratie. Dann kamen die anderen und haben gesagt, ja, wir müssen aber rote Linien ziehen. Der Putin muss rote Linien bekommen. Ja, schön. Dann habe ich sie zurückgefragt. Und was werdet ihr tun, wenn der die roten Linien überschreitet? Und da stellte sich heraus, das haben die sich so vorgestellt, wie seitdem der Schiedsrichter auf dem Fußballfeld da so mit Spray ein bisschen rummacht. Und wenn die dann was dagegen machen, kriegen sie die gelbe Karte und wenn sie nochmal was dagegen machen, kriegen sie die rote Karte und dann müssen sie runter. Okay, aber wer stellt denn Putin vom Platz? Habt ihr auch die Potenziale, Putin vom Platz zu stellen? Oder ist das nur eine Fasson de Parler? Rote Linien, an der ihr euch berauscht. Nein, dann kam wieder nichts. Ich habe ja gar nichts dagegen zu sagen, okay, wir machen eine wertegebundene Außenpolitik, aber ich habe was dagegen zu sagen, diese wertegebundene Außenpolitik ist gewissermaßen die Kompensation dafür, dass wir keine saubere Lageanalyse machen. Das regt mich auf. Also saubere Lageanalyse sehr gerne, aber dann auch im Rückblick, weil die Assoziierungsverhandlungen mit der Ukraine haben stattgefunden mit einer ukrainischen Regierung, die nun alles andere als russlandfeindlich gewesen ist, sondern die haben sich ja untergehakt. Man kann nicht sagen, dass irgendjemand in Russland davon überrascht gewesen wäre, dass das tatsächlich passiert. Man kann nicht sagen, dass Putin vor die Wahl gestellt worden ist, ohne dass er jemals da einbezogen gewesen ist in Gespräche. Und deswegen finde ich bei der rückwärtigen Lageanalyse muss man sagen, nee, man kann nicht sagen, also diese Einkreisungstheorie, wir können auch über Psychologie noch ein bisschen reden, Ich finde, ehrlich gesagt, das hat weder historisch, wenn man sich überlegt, wie die osteuropäischen Länder zur NATO gekommen sind, dass immer Russland einbezogen worden ist in diese Gespräche und so weiter, hat das erstmal keinen Bestand. Aber für mich ist der entscheidende Punkt dann, dass wir, wenn wir schon sagen, wir müssen verstehen, dass sich in Russland welche so fühlen, dann müssen wir mindestens genauso schnell die Frage stellen, Was bedeutet es denn eigentlich für die Ukraine so eine Pufferfunktion haben zu sollen und welche Verantwortung haben wir da? Und ich würde nicht sagen, der Fehler war, dass wir nicht genug Lageanalyse gemacht haben, sondern wenn es einen Fehler gab, dann in der Tat, dass wir gedacht haben, das regelt sich vielleicht schon so und dass wir die Ukraine selbst dabei, Demokratie zu implementieren, dafür zu sorgen, dass die Korruption aufhört, dass der Staatsaufbau funktioniert und so weiter, viel zu sehr alleine gelassen haben und ja, geglaubt haben, das geht ganz schnell. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Gut. Walter Russell Mead, ich würde Ihnen gerne zwei Fragen stellen, die im Grunde diese Diskussion fortführen auf einer anderen Ebene. Sie haben in Ihrem Eingangsreferat die Herausforderung der jetzigen Weltordnung durch drei revisionistische Mächte beschrieben. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, um welche Art von Revision geht es da? Man könnte das ja auch so beschreiben, dass alle drei die Pax Amerikaner infrage stellen oder die Dominanz der USA infrage stellen. Würden Sie das für legitim halten? Oder geht es dabei um mehr? Geht es sozusagen auch um eine Auseinandersetzung, um die künftige globale Ordnung? Also die Prinzipien, nach denen Weltpolitik organisiert und Konflikte geregelt werden sollen. Und da würde ich Sie gerne noch mal fragen, welche Rolle spielen da normative Prinzipien für eine neue kollektive Sicherheitsordnung? Ist das auf? Ja, okay. The question of whether this is a power conflict against an American domination or there's a normative element to it is a good one. Because, again, geopolitical realities and ideology and norms get mixed up in all kinds of ways related to history. So, from a Chinese perspective, one might say, listen, during the years in which China was weak and marginalized, a group of Atlantic powers came up with a set of legal norms based on primarily European history, somewhat seen through an Anglo-Saxon lens. And now they want to extend these principles as principles that guide and limit the behavior of all states. And at one level, one simply says, well, I'm Chinese and maybe I used to have to listen to you because I had no choice. But now I have a choice. And that is not only a very human reaction, it's a very sensible reaction. But I think one has to then take the next step and say, okay, China, think now about the content of these principles, apart from the question of whether or not you were in the room when they were decided, but what specifically is wrong with them? For example, that boundaries ought not to be changed by force or that, you know, the questions of that China shouldn't be able to simply negotiate individually with all of its neighbors, that there should be some kind of group organization, group response on these territorial questions. Or non-interference, are we really going to say, China, that other countries are legally powerless to do something about terrible human rights violations in another country, and we're talking about genocide and things like that, simply because it makes you nervous that at some point people might ask questions about Tibet. So there's a power dimension and a sort of truth and values dimension to these. Now, certainly as an American, I don't think I can be the judge of where the questions of American power and self-regard end and the question of universal norms begin. That's a question that has to be thought through by humanity as a whole. And my interpretation of that is not necessarily going to be the last word. But I do think that, again, and China is perhaps the easiest of these cases to look at. When we look at, say, what ISIS thinks the basis of legitimacy should be in international affairs, you have a starting point that is so radically different from the starting point not only of the European Union or the United States or Brazil, but also of China and Japan and India, that one can hardly even have a conversation about it. And either ISIS gives up its attempt to impose its system or we accept their right to do so. You know, how is that going to work? So we have in the world today at any given moment all kinds of questions that some of them engage real issues of national power versus ideology. Some of them look more purely ideological. It's complicated. My guess is that humanity as a whole and one particular country will never get it right. You know, we'd love to say, okay, now we have a set of rules. And if we simply check off all the boxes and go through all the steps, we're going to get an answer to every international dilemma, ethical or political, that troubles us. And we never have to ask any questions because we have the right rule book in our hands. I think we're always going to find it is more difficult to apply these ideas in practice than it is to think about them in the world of theory. Bevor ich Ihnen die Möglichkeit gebe, nochmal sich einzuklinken in die Diskussion, würde ich gerne Raoul Saga nochmal fragen, was ist sozusagen die Ordnungsvorstellung, die in Asien diskutiert wird? Ist das die Idee einer multipolaren Welt, die sich aufteilt in verschiedene Großräume, die jeweils von einer dominanten Großmacht beherrscht werden? Und dann müssten Sie sagen, diese Großmächte in einem Konzert des Kräftegleichgewichts versuchen, sich zu arrangieren? Oder gibt es doch auch ein Verständnis davon, dass es universelle Normen und Standards braucht, die eine solche Ordnung strukturieren, damit sie nicht zurückfällt in einen bloßen Machtkampf, eine darwinistische Konstellation? Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht sicher, dass es eine cohesive oder eine single response ist. Von der Asien perspective, da sind die Unterschiede zwischen Indien und China, die sind sehr wichtig. Ich denke, da sind zwei broaden Prinzipien, dass ich kann, weder von denen zu finden, die nicht mehr von denen zu machen, werden Sie all das glücklich sind. Die erste ist, dass die primary kritische Kritik, in Indien, aber insbesondere in China, ist, dass wenn Sie die universalen Prinzipien stellen, Sie setzen sich für hypocrisieren. So die Sache, das wirklich riles up die Chinese public auf Weibo oder auf der Version von Twitter, ist, an American says, well, we want the countries surrounding the South China Sea to be treated with respect and for China to engage with them. And every single Chinese person says, yeah, why didn't someone say that to Monroe when he came up with the Monroe Doctrine that said, no one come near America, this belongs to us, right? So on the American view, values are great because all your sins are in the past. That's what a Chinese person thinks. You committed your sins and now you're telling us not to. So don't do as I do, do as I say. So the Chinese, including the Indians, but especially the Chinese, are distrustful of universal norms. And it's not surprising that they're distrustful of universal norms, because if we were pragmatic, if we in the West were pragmatic, we would be a bit more humble. That's the word you'd use, and I think that's the right word. We'd be a bit more humble about the values that we espouse and how far and how wide and how honestly we apply them ourselves. So the first is, I think the Chinese want, are suspicious and skeptical. You know, when someone says humanity run for cover, because anyone who says that is really out for themselves, that's the Chinese view. The second is, I think you're right, that the Chinese view of politics going forward is hierarchical, and in that they're actually joined by India. The idea is that there are a few great civilizations. These civilizations now have states, which they didn't have in the past. China and India were not entirely unified and undercapable. India still doesn't have a capable state. But it is China does. And they have states, these are large civilizations, when they act, sit up, listen, and obey. That's their view. Now, that's not meant to be scary or frightening. The idea is not that they are to engage in large exercises of empire building. The point is that there are domains or zones of influence, of power, whether it's China controlling certain routes, whether it's China's investment in Pakistan, which is meant to solidify, as was being discussed earlier. It's control over its regions to the west of China, and then correspondingly to the east and the south China. For India, it's concerns, again, about the Indian Ocean and so on. These are large civilizations that are saying, give me some elbow room. I've had enough of being told how to run things in my backyard. That is slightly destructive. I think I very much like the statement earlier that what we're seeing is G0, the disillusionment of some of these rules. And I agree that it's scary. We are entering a phase of uncertainty. But I think what would be the worst possible thing we could do in this phase of uncertainty is to double down on the rhetoric and say, just because we're entering a phase of uncertainty, we should espouse values even harder, even louder. Because then, when the reality doesn't match the rhetoric, the rhetoric seems even hollower and those values plummet or sound even emptier than they are, and that's worse for those values. When we say, we stand for democracy, but only for a few, or we stand for human rights, but we ignore our own abuses, then we make them weaker, not stronger. Vielen Dank. Es gibt jetzt die Möglichkeit, zumindest für eine kleine Runde von Nachfragen oder sehr knappen Kommentaren. Bitte keine langen Diskussionsbeiträge. Die erste Wortmeldung. Wo ist unser Mann mit dem Mikrofon? Die Dame mit dem Mikrofon, genau. My name is Seger. I'm here at the Technical University Berlin. I happen to come from India. And my question is for Mr. Dr. Rahul Sagar. Incidentally, Sagar means in Hindi, ocean, mere. And I think you seem to be full of knowledge. I'm fascinated by your analysis. And part of my question has already been answered by Dr. Eckhart, to whom I tend to agree. So you talk about eradication of poverty, say, eradication of corruption, etc., etc. So these are all fine. But there is no substitute for freedom. There is no substitute for values. And these values are not Western values. These values are human values. So would you like to see India and China on the same page? Or you see it differently. Thank you so much. Thank you so much. We are collecting some questions. Thank you so much. My name is Kerim Al-Assadi. I come from Iraq and live in the Republic of Germany. My question has actually to do with the title of our show. Our show is to do with our show. Our show is to do with the relationship with the authority system. We have a system in the realest meaning of the word word. Since 1990, after the Berlin's Mauerfall and after the war of 17 July 1991 against Iraq. And this new system, a new system, a new system, means the new world order with all his words. How can we deal with this system? We have a system that we can deal with. One more time. Thanks. that the Chinese think X and the Russians think Y. I would caution against a kind of categorical depiction of what the Chinese or the Russians think, particularly in authoritarian systems where the aim of the leadership is, in the Chinese case, to have everyone speaking with one voice. And they use a variety of instruments to impose that. So, you know, I just caution against this sort of categorical, narrow depiction of what China wants. You may be referring to what the Chinese leadership wants. Maybe you might expand on that. And the Russian leadership, by the way. Vielen Dank. Jens Siegert. Ich arbeite für die Hannig-Böll-Stiftung in Moskau. Und ich möchte den Aussagen von Herrn Münkler widersprechen in Bezug darauf, dass die EU so etwas Ähnliches wie eine Einkreisung von Russland betrieben hat oder zumindest die Ängste, Eingreisungsängste von Russland, nicht beachtet hat. Seit Beginn der Assoziationsverhandlungen mit der Ukraine vor etwa zehn Jahren hat die EU bei jeder der EU-Russland-Konsultationen, und die haben alle zweimal im Jahr stattgefunden, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen versucht. Das ist jedes Mal von der russischen Seite abgelehnt worden. Sei nicht wichtig. Aufgewacht ist die russische Seite nach 2012, nach den Protesten in Moskau und in Russland. bemerkt, dass es Probleme gibt mit den eigenen Plänen worden, ist es im Sommer 2013, als die Pläne für eigene eigene Zollunion und die Eurasische Union so weit gediehen waren, dass man sich damit angefangen hat zu beschäftigen. Die Krim-Annexion und alles, was danach erfolgt ist im Donbass ist keine Reaktion auf die Assoziationsverhandlungen und die mögliche Assoziation mit der EU gewesen, sondern eine Reaktion auf die Revolution, die auf dem Maidan in Kiew stattgefunden hat, mit der ganz klaren Deutung, dass man so etwas auf jeden Fall, so etwas Ähnliches auf jeden Fall in Russland verhindern wollte. Das Ganze hat also eine fast ausschließlich innenpolitische Komponente und diese Einkreisungsangst ist eine propagandistische Behauptung, um von dieser innenpolitischen Komponente abzulenken. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch, ich nehme Sie noch mit in die erste Runde und dann machen wir auf dem Podium eine Antwort-Session. Wir haben ja durchaus gemeinsame Standards, zum Beispiel den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, aber eben auch den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, beide von 1966 und beide inzwischen von drei Vierteln aller Staaten ratifiziert. China hat den Pakt über bürgerliche und politische Rechte nicht ratifiziert, aber immerhin unterzeichnet, 1998. Und natürlich halten viele der Vertragspartner diese Regeln nicht ein, aber wenn man den Statistiken etwa von Freedom House folgt, dann sind wir ungefähr bei 40 Prozent der Weltbevölkerung und etwas mehr als 40 Prozent der Staaten, die das aufs Ganze gesehen einhalten. Das hängt dann allerdings auch ganz wesentlich, was die Weltbevölkerung an betrifft, an Indien. Indien wird dann eben bei allen Schwierigkeiten, insbesondere natürlich im Bereich der wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Rechte, dann noch mitgerechnet als ein immerhin in Sachen bürgerliche und politische Rechte halbwegs brauchbares Beispiel. Also das sind ja nun bei vielen Lücken, ich war gerade im Islam-Bereich und eben wie gesagt China, als wichtiges Land eine ganze Menge und die kommen nicht alle aus dem Westen und die sind auch nicht gezwungen worden, mit Gewalt zu ratifizieren. Also das hat schon ein gewisses Gewicht, wenn sich so unterschiedliche Staaten aus ganz unterschiedlichen Entwicklungen, kulturellen Hintergründen usw. für solche gemeinsamen Maßstäbe entschieden haben. Bei allen Widersprüchen, gerade auch im Westen, was ja auch bei uns angesprochen worden ist, dass wir natürlich keineswegs eine gerade Linie zum Grundgesetz und eine gerade Linie zu diesen gemeinsamen Menschenrechtsstandards im Westen aufzeigen können. Danke. Vielen Dank. So, wir machen jetzt eine erste Runde. Zum Teil waren es ja Fragen, die an Sie persönlich gerichtet waren. Zum Teil waren es mehr allgemeine Kommentare. Wollen Sie beginnen? Would you like to start with answering? So, I think there were two questions. The first was for the gentleman from India. So, I'm completely in agreement with you, as I actually said when I spoke, that I agreed with the idea that democracy is not a cultural value. It is a universal value. It's a human value. The point is, how does it rank or relate to others? And what I really was trying to oppose or warn you against was dogmatism, right? So, let me give you two examples of dogmatism. India is better than China because India is a democracy. Well, which country has higher levels of rape against women? If you were a woman and you had to choose, would you prefer to live in China or in India? I'd prefer to live in China if I were a woman. All right, what if you were Muslim? Would you prefer to live in India? Would you prefer to live in Singapore? Singapore, the only post-colonial society, the only post-colonial society in the world where there has been no race, ethnic or religious riot is Singapore. It's not a democracy. So, let us take our measure of the world by the facts on the ground, leaving dogmatism aside and thinking about what works and working forward from there. That's all I was saying. I did not mean to imply one is necessarily or always better than the other, that China is better than India or India should mimic China. In fact, that's precisely what I was trying to warn against of these broad, brutal comparisons. Everyone wants to be like Europe. Everyone loves America, etc. Because those are the kinds of things that make you rush around and try and make one society mimic another when it isn't ready for it or doesn't want it. That was all I was trying to suggest. The second was the question from the National Endowment of Democracy. Here, I'll say something slightly mean. But I don't want to be, I don't mean to be mean, but it will sound mean. So, you know, there's a saying in the U.S., anyone who has a hammer, wherever they go, they see nails because they have a hammer. So, they see something they can beat down. So, when you're in the Green Party or the National Endowment for Democracy, you always see people crying out for democracy, right? On your view of the world, generally, if you're a Democrat, 90% of the world wants democracy. and there's just this tiny, teeny fraction of really mean people, Assad, Saddam Hussein, Xi Jinping, they're the ones, they're just screwing it up. If you just got rid of them, 90% of the people in most of these places want democracy. That's the view of people that want value-based foreign policy. How did that work out in the Arab Spring? How did that work out after the Iranian Revolution? The point is, I'm completely in agreement with you that these societies are complex. The question is, what's the proportion? What are the majority of the people want? And when they say they want democracy or they want accountable government or they want representative government, do they mean what you mean? Do they mean they want American-style separation of powers, constitutional checks and balances, or do they really mean and I want my guy to get elected and build the roads and bridges in my town or county or district and screw the guy who lives from that other town or other religion or other county. So we have to be really careful when we run these surveys that say everyone wants democracy or everyone wants this or everyone wants that. Start from the ground and work your way up. And my sense, I was speaking, as I said, I'm not an expert on Russia. I was speaking about China in particular. What I'm giving you or at least my view, I completely agree you can't say China says, but the views that I'm giving you are the views that I'm hearing from lower middle class, middle class, and upper middle class Chinese people, those that are in the party but those that are in ordinary urban jobs. They are fiercely patriotic, they're fiercely committed to money, and they would like nothing better than to teach the West a lesson, give it a bloody nose. So that's at least my view on those two things. Na ja, gleichzeitig sind diese gleichen Mittelschichtsleute, wenn sie zufällig einer NGO angehören, ganz schnell in riesigen Schwierigkeiten, weil die NGO-Gesetze drastisch verschärft worden sind, nicht nur in Russland, sondern eben auch in China. Und da sind wir wieder genau an dem Punkt, an dem es kippen kann. Und auch ich würde sagen, nein, es geht nicht darum, dass wir sagen, unsere Vorstellungen davon, wie man eine Demokratie organisiert, die implementieren wir jetzt irgendwo anders. Nein, das haben wir, ich habe es vorhin gesagt, in Afghanistan spätestens gelernt, dass das nicht geht. Aber die Frage ist doch, ob wir in unserem Handeln nach unseren eigenen Wertvorstellungen handeln und die der anderen respektieren oder eben nicht. Und wenn wir, Herr Nassisi, sagen, wir knüpfen unsere Beziehungen und die Vertiefung derselben daran, dass Wahlen stattfinden und dann finden keine statt und er kriegt trotzdem einen roten Teppich, dann ist nicht er unglaubwürdig, sondern wir. Und wenn wir nach dem Motto verfahren, der Feind unseres Feindes ist unser Freund, dann wird es auch nicht funktionieren. Das kann man sehr gut sehen an der Aktion von Sigmar Gabriel, der lange über Rüstungsexporte geredet hat und geredet hat und geredet hat und dann als Wirtschaftsminister mit einer riesigen Delegation nach Saudi-Arabien gefahren ist. Und dann kann man sich mal angucken, wenn man das quantitativ gerne möchte, wer da wie viele Tote auf seinem Kerbholz hat, Assad und ISIS. Und ich glaube, die Frage der Anziehungskraft von Demokratie, die können wir vor allen Dingen nicht aufgeben. Also wenn wir daran selber nicht mehr glauben, wir sagen, wir machen jetzt mal eine große Phase des Pragmatismus, dann geben wir auch diejenigen auf, die sich in all diesen Ländern, in all diesen Regionen der Welt genau dafür einsetzen. Und das finde ich, sollten wir unter gar keinen Umständen tun. Und die gibt es überall und deswegen glaube ich, das ist vor allen Dingen unsere eigene Glaubwürdigkeit, die da dranhängt und damit auch unsere Stärke. Der Westen hat die Stärke in genau dieser Wertegemeinschaft. Und wenn wir ernst genommen werden, dann müssen wir genau die auch behalten. Und das gilt in unserem eigenen Handeln. Es ist ja interessant, dass wir jetzt seit wie vielen Stunden hier sitzen und noch kein einziges Mal das Wort Vereinte Nationen gefallen ist, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und wir uns schon die Frage stellen müssen, woran liegt es eigentlich? Also ist es nicht eigentlich der Ort, wo diese Werte verhandelt werden? Ist es nicht eigentlich der Ort, wo wir darüber reden, ob es Instrumente gibt, Konflikte zu befrieden? Ist es nicht eigentlich der Ort, wo wir uns sicherlich einig werden, dass es Reform bedarf, dass es riesige Schwierigkeiten gibt, dass es manchmal ohnmächtige Situationen gibt. Aber wir tun so, als ob wir nur in bilateralen Verhältnissen agieren, maximal noch mit Europa und. Und für Europa gilt, für meine Begriffe ganz entscheidend, wir können was vorleben. Oder wir können es vergeigen. Also im Moment sind wir eher dabei, es zu vergeigen, auch weil wir uns selber nicht mehr ernst nehmen. Nämlich in der Flüchtlingsfrage, darüber ist vorhin geredet worden. Und ich will das nicht wiederholen, was Silke Tempel gesagt hat, weil ich glaube, daran macht sich auch fest, ob wir das nach innen eigentlich gewährleisten, was wir nach außen fordern sollten. Und auch das gehört dazu. Wir müssen auch bei unserem eigenen Handeln nach innen natürlich glaubwürdig bleiben. Und insofern sage ich ganz eindeutig, wir können mit unserer Glaubwürdigkeit und mit dem Stehen zu unseren Werten, das ist nicht naiv, sondern das ist im Gegenteil unsere Stärke. Und das ist vor allen Dingen langfristig die Perspektive, mit der wir was erreichen können. Herr Mündler. Ich möchte vorweg eine terminologische Unterscheidung hier geltend machen, die, glaube ich, wichtig ist. Nämlich die zwischen Werten und Normen. Werte sind letzten Endes immer begrenzt an Wertegemeinschaften. Wir sprechen von Wertegemeinschaft und nicht von Wertegesellschaft. Das heißt, Werte binden Gruppierungen zusammen und sie sind Selbstbindungen dieser Verbände. Werte können in dieser Weise auch nicht für andere geltend oder verbindlich gemacht werden. Und da sind Normen davon zu unterscheiden, die einen sehr viel höheren Grad von Universalisierungsfähigkeit haben, die im Prinzip so beschaffen sind und so beschaffen sein müssen von ihrer argumentativen Struktur her, dass sie nicht an die Geschichte, an die Erinnerungen, an die Interpretation von Ereignissen einer bestimmten Gruppierung gebunden sind, sondern generalisierungsfähig sind. So, und dann würde ich nun allerdings auch sagen, Außenpolitik über NGOs war in den letzten 20, 25 Jahren auch eine Diffusion bei der Bereiche. So sehr ich das teilweise... Das habe ich aber auch nicht behauptet. Gut und wichtig, bitte? Ich habe aber auch nicht behauptet, wir sollten Außenpolitik über NGOs machen. Ich habe das ja auch gar nicht an Ihrer Adresse gesagt. Sie adressieren viel an mich, aber ich adressiere ganz wenig an Sie. Und dass unter diesen Umständen bestimmte autoritäre Regime das jetzt beendet haben, das stellen wir mit einem gewissen Bedauern fest. Aber auf der Ebene der Normen wird man das letzten Endes hinnehmen müssen. Frage an mich, westliche Staaten, Geopolitik, Geoökonomie. Ja klar, natürlich. Sozusagen für uns sind gewissermaßen Fragen der politischen Stabilität und der ökonomischen Prosperität zentral. Und ich würde sagen, in Verbindung damit dann auch Normbindungen. Bei Normbindungen ist das zentral, was ich vorhin korruptionsresistente Eliten genannt habe. Wenn wir in so etwas viel investieren und uns darum kümmern, glaube ich, tun wir für viele Länder einen sehr viel wichtigeren Beitrag für ihr Wohlergehen und ihre perspektivische Fähigkeit zur Entwicklung demokratischer Responsibilität als vieles andere. Stabilität ist auch etwas und Prosperität ist etwas, was wir exportieren können. In Grenzen? Aber es ist ja nachgefragt. Die Frage von Herrn Siegert oder der Einwand gegen mich. Naja, bitteschön, ich unterscheide eben zwischen Faktizität und Wahrnehmung. Und das ist ein schwieriger Punkt. Sie haben gewissermaßen im Brustton zu wissen, was die Sache ist, gesagt, es ist die Angst vor dem Moedan. Solche essentialistischen Behauptungen würde ich nie aufstellen, weil sie einem in eine politische Einbahnstraße hineindrängt, aus der man nicht mehr herauskommt. Ich will Ihnen stattdessen ein Gegenmodell entwickeln. Wir fingieren Putin I. Putin I agiert, wie Alexander Dugin gewissermaßen das Drehbuch geschrieben hat. Eurasischer Großraum, Wiederherstellung von Grenzen entweder der alten Sowjetunion oder des noch älteren Zarenreichs. Und das macht er peu a peu a peu. Okay. Putin II ist derjenige, der sich den NATO-Vertrag genau angeguckt hat und hat gesehen, dass NATO-Mitglied nur werden kann, wer keine territorial ungeklärten Fragen hat. Also schafft er dort, wo er befürchtet, dass in irgendeiner Weise nach der EU-Assoziierung die NATO kommt, ob das real ist, wirklich vom Westen intendiert oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Wo er das befürchtet, schafft er territorial ungeklärte Verhältnisse. Er ist aggressiv, aber aus einer defensiven Grundposition heraus. Putin III ist derjenige, der beobachtet hat, dass seine demoskopischen Zustimmungswerte immer in die Höhe schießen, wenn er so einen kleinen, schicken Krieg führt und die gedemütigte russische Seele mit ein bisschen Balsam des Sieges erfüllt. Tschetschenien II, Georgien Grimm. Und zudem gehört dann auch gewissermaßen der Putin, der Angst hat vor einem Übergreifen von Maidan auf dem Roten Platz, also das, was Sie angesprochen haben. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin in der Lage zu identifizieren, der realhistorisch existierende Putin ist eins, zwei oder drei. Aber unsere eigene Politik muss bedacht sein, den realen Putin dazu zu bringen, der Putin zu sein, der nach diesem Modell uns am angenehmsten ist. Und das ist zweifellos Putin II. Putin I ist ein Riesenproblem, denn das heißt dann wirklich, dass wir aufrüsten müssen. Dann muss man auch bereit sein, die Konsequenzen dessen zu ziehen. Und dann ist die Reetablierung eines Panzerbataillons in der Lüneburger Heide sozusagen nur ein Klacks. Dann müssen wir über ganz andere Einheiten sprechen. Putin III ist auch schwierig, weil immer wenn seine demoskopischen Zustimmungen absinken, wird er einen kleinen Krieg anfangen. Also sollten wir im Prinzip darum bemüht sein, ihn mit einer Politik der Sanktionen, aber auch der Gratifikationen dazu zu bringen, das für uns ideale Modell, nämlich Putin II zu sein. Ob das klappt, ist eine empirische Frage, aber wir reden ja gewissermaßen auch über eine kluge, oder wie es vorhin mehrfach hieß, pragmatisch kluge Außenpolitik. Da muss man über sowas nachdenken und Abstand nehmen von der Vorstellung, ich weiß, wer er ist, und weil ich weiß, wer er ist, ist das der richtige Weg. Man muss ein bisschen spielerischer und ein bisschen intelligenter und ein bisschen flexibler sein. Vielleicht nur noch als Ergänzung zu Ihrem NATO-Eingreisungs-Szenario. Es könnte ja auch sein, ich formuliere das bewusst hypothetisch, dass Putin an der NATO nicht fürchtet, einen möglichen Angriff auf Russland, was ich für komplett abwegig halte, nebenbei gesagt, was er auch weiß, sondern das ihn stört, dass damit sein Zugriff auf seine Nachbarschaft begrenzt wird, weil, Sie sagen, die NATO eine Barriere gegenüber dem Versuch, diese Länder in eine Position der begrenzten Souveränität zurückzuwerfen, bedeutet, oder? Ja gut, ich meine, deswegen experimentiert er ja auch mit dem, was wir inzwischen Hybridisierung des Krieges nennen. Also gewissermaßen den Kasus föderes der NATO zu unterlaufen. Ich glaube, Herr Miet, Sie hatten vorhin da im Zusammenhang mit Estland ein bisschen dazu gesprochen. Das ist ein Punkt, da muss man sehr genau drüber nachdenken. Aber das ist keine Frage von Werten, sondern das ist eine Frage unserer Risikobereitschaft. Nämlich, was wir für das größere Risiko halten, sozusagen dann zurückzuziehen und zu sagen, naja, es sind ja halt die Russen, die da in Estland zwar wohnen, aber ein bisschen mit Russland mehr zu tun haben. Oder aber, ob wir sagen, auch hier gilt Unverletzlichkeit der Grenzen. Aber was heißt eigentlich noch Grenzen, wenn die Angriffe gewissermaßen nicht mehr mit physischen Kräften und letal, sondern in Form von Cyberattacken geführt werden? Das heißt, hier kommen wir in eine Dimension herein, da hilft uns auch die Diskussion von Werten, nichts mehr, sondern da hilft uns nur eine Diskussion darüber, welche Risiken schätzen wir bei der Gegenseite ab und sind wir selber für uns anzunehmen bereit? Mr. Miet. On the question of what are the geopolitical, geoeconomic goals of the US and the EU, I won't say anything about the goals of the EU, but I think in a real way if people around the world want to see what the US geopolitical and geoeconomic goals are, we would like the rest of the world to be more like Europe, not having a lot of 17th century cathedrals and things of that kind, but naive and silly as it may be, we'd like to see the same kind of deep peace between Japan and China that there is between Germany and France. We would feel that we were safer and we think we would end up being much richer if people could travel and invest as freely between India, Pakistan, Sri Lanka and Burma as they can do in Italy, France, I almost said Greece and Spain. So in that sense, I was writing something about this this morning and I said that Europe is America's love letter to the world. In the sense that to the extent that the US has actually rather consistently tried to promote since World War II the emergence of this kind of Europe and I think we will still be in support of the European Union. Now that may be a naive and a silly geopolitical strategy, it may be unworkable, but that seems to be what we keep coming back to in the U.S. There have been a lot of talk and a lot of questions about the relationship of pragmatism and values and it is it is always a difficult question, but I find myself today, you know, with these murders in Charleston, South Carolina and the conference has put us up very kindly at the hotel that the Reverend Martin Luther King used to stay at when he visited the DDR and it's a, you know, the combination of those has me thinking a little bit about American history and values and the complexities of these things. But, you know, we had one effort in America to do some nation building at home and to build democracy at home after our Civil War. It was called Reconstruction, when the northern troops tried to force, literally at gunpoint in some cases, legal and civil equality and voting rights for the freed slaves, for blacks in the former Confederate state. After about 12 years, the North, the government, gave that up. It was too difficult. The resistance was too profound and too too wily and too violent. The North wasn't willing to keep the South in an army of occupation for a hundred years, getting shot at, spending a lot of money. And in any case, the North was divided about how hard did it want to fight for this issue of black equality. And so the government more or less moved from an idealistic to a pragmatic stance. But interestingly, the blacks in the South didn't give up. And a lot of their friends in the North and elsewhere didn't give up. You saw the generation of people like Booker T. Washington, George Washington Carver. I don't know if these people are household names in Germany, they are educators who said the blacks in the South were unable to defend their own rights in part because they don't have the economic self-sufficiency and the political education that can enable them to organize effectively to defend their rights. And for two generations all over the South, these small, poor black colleges, because blacks couldn't go to white colleges, were educating in town after town after town, the minister, the funeral director, the lawyer, the insurance agent, a handful of people who became an educated backbone of the African-American community in the South. And when Dr. Martin Luther King, who himself was a product of this system, began to lead the civil rights movement, the black community in the 1940s and 50s and 60s in the United States had the capacity it did not have in the 1860s and 70s and was able to make its way and achieve full democratic rights and full legal social equality, if not economic equality. So there are times, I think, in any historical movement, any historical process, where we reach the limit of what we can pragmatically achieve. In Egypt today, I am not sure that we have many ways of making President Sisi do anything he doesn't want to do, particularly as long as the House of Saud is willing to underwrite his expenses. But maybe there are other things we can do. Maybe we and Egyptians who care about these values can think about ways that we can move from a short-term to a longer-term strategy. So what I'm saying is that there are forms of pragmatism that are the conscious sacrifice of ideals. And there are forms of pragmatism that are attempting to realize our ideals in a more realistic, which sometimes means long-term way. That, to me, is a very important distinction to remember. And I think it may help us with some of the tough issues that we face today. Thanks very much. I know that Katrin Göring-Eckardt has us now right verlassen must. She has already announced it. And I would like to give you a chance to give you a comment to a final comment from your mind. Also, I would like to go as someone who only about ideals and ideals. he says that if whatever November it has gone, then it goes more than another. Even if everyone is eligible, I think that all the pragmatics steps are good and right. But only once in the way that the own grossness is not forgotten. And so long by the definition of Mr. Muenkler zu bleiben, solange man die Einhaltung der Normen auch verlangt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also Schritte, die ganz pragmatisch sind und die ganz pragmatisch aussehen, sehr gern. Deswegen habe ich auch gesagt, man kann und man soll und man muss mit dem ICSI reden. Aber die Frage ist eben, ob man ihm einen roten Teppich ausrollt und in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, das geht auch so. Wenn wir mal ein ganz kleines Karo in unsere eigene Politik schauen, bei uns in Deutschland findet die Rüstungsexportkontrolle im Wirtschaftsministerium statt. Warum eigentlich nicht im Auswärtigen Amt? Da würde sie nämlich eigentlich hingehören, wenn man die eigenen Vorstellungen ernst nimmt. Ich glaube, dass solche Fragen von eigener Struktur, die Frage der Korruptionsbekämpfung, gehört da ganz zentral dazu. Aber dann natürlich auch bei uns. Wir haben in dieser Woche einen Spiegeltitel gehabt, bei dem man sich Fragen stellen muss, die mit Außen- und Innenpolitik zu tun haben, wo man sagt, das möchte ich schon gerne wissen, was da gewesen ist und wer da welche Beziehungen eingegangen ist. Und deswegen, ich gehöre bestimmt zu denen, die immer sagen, Dialog muss sein. Ich gehöre zu denen, die sagen, alle Schritte, die dazu führen, dass in der momentanen Situation jemand besser leben kann, jemand friedlicher leben kann und jemand ein bisschen freier leben kann, sollen wir gehen. Aber wir sollten eben nicht die lange Linie vergessen, nicht die Ermutigung vergessen und auch nicht die Ermächtigung vergessen, für diejenigen, die vielleicht in fünf, vielleicht in zehn oder vielleicht in einem Jahr die Grundlage dafür legen, dass ich im jeweils eigenen Land etwas tatsächlich verändern kann. Vielen Dank. Ich würde noch gerne eine Frage loswerden, zunächst an Walter Russell Mead. Wir hatten in den USA in der kurzen Hochphase der Neocons einerseits einen sehr emphatischen Diskurs, Die Welt wartet nur auf die Demokratie. Sie wartet darauf im Irak und in Afghanistan und überall eigentlich. Und dieser Diskurs verband sich dann mit den, sagen wir, Bayonetten der US-Armee. Was erleben wir jetzt? Gibt es in der amerikanischen Außenpolitik noch einen ernsthaften Diskurs über Democracy Promotion und über realistische Strategien und Wege, das zu tun? Oder gibt es da inzwischen, sagen wir, den Pendelschwung ins andere Extrem? Nämlich zu einer reinen Interessenpolitik, die nicht mehr fragt nach der inneren Verfasstheit von Staaten? Well, the United States is a big country and we have a lot of people in it. And so at any given moment, you'll find a lot of people talking about almost any point of view under the sun. Um, to try to characterize where we are right now, um, I would say that, uh, there was a tremendous, uh, the, the neoconservative moment represented a kind of a split between two wings of the Wilsonian tradition in American foreign policy. That, um, uh, you know, Wilsonians from Woodrow Wilson, uh, believe democracy promotion and so on and so forth, human rights should be the fundamental aspect of American foreign policy. And whenever people say, well, what about our interests? They say, well, our values and our interests are the same, much as President Bush said in his second inaugural address. Um, however, you immediately come into a, a, a problem here because what happens to say the United Nations is the highest body of international law and opinion, but you have two countries, China and Russia, which are not only non-democratic in practice, but in certain respects are anti-democratic and anti-human rights in theory. Well, are you, is, is, is the, is the position of someone who is in favor of, of democracy and international law going to be, well, lawbreakers and anti-democratic powers should be through their veto on the Security Council the final arbiters of what it is permissible to do in the name of democracy, or, uh, is it sometimes necessary in order to, to, to save the baby of democracy to throw out the bathwater of international institutions. And I think logically it's sort of an insoluble dilemma. One of the problems that the neoconservatives had was that the example, on the example they picked, it would have been better not to do what they wanted to do, that their approach in Iraq was impractical. But, the dilemma persists, and it does tend to divide people to this, it, it, in a sense it weakens the human rights and advocacy movement in the United States, because some of the strongest advocates of this position are at something like war with each other. And, the, you know, there's, people try to find ways to work around that, maybe a, a league of democracies, uh, that would replace the United Nations. So that in order to be a member of this rule-setting body, you had to commit, not only in theory, but in practice, to the values that it was trying to uphold, and so on. People are working with this idea. More concretely, though, in the U.S., uh, the disillusionment of the, after the two wars in the Middle East, followed by the financial crisis, left a lot of people just not very, not wanting to do anything overseas. And especially when Osama Bin Laden was killed, there was a sense, well, okay, the bad guys who got us all stirred up have gone away, and we're not happy with the wars, we don't have any money, uh, why don't we just stay at home and enjoy life as much as we can? Since that time, the rise of ISIS and a general sense that the world is becoming a little bit unglued seem to be, if you look at the poll numbers, you see more Americans now wanting the U.S. to play a more active role abroad. I don't think they've figured out what it is that they want to do, but it's very interesting, if you look, if you follow the rhetoric of the political candidates, and I think you'll see that, that Secretary Clinton and Senator Rand Paul, even, have been moving toward a more assertive view of American power and a more extended view of American interests, which probably reflects their reading of the, of the political tea leaves. So I don't know, you know, it's, we'll have to wait and see what happens next, but as usual, it's a very complicated business for America to try to make up its mind. Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage an Professor Münkler. Wenn die Kanzlerin über den Ukraine-Russland-Konflikt spricht, dann pflegt sie zu sagen, das geht nicht nur in Anführungszeichen um die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Ukraine, es geht auch um die Prinzipien der europäischen Friedensordnung. Also sie beruft sich auf KSZE oder die Prinzipien des Europarats oder die Charta von Paris mit all diesen schönen Normen. Keine gewaltsame Verletzung von Grenzen, gleiche Souveränität aller europäischen Staaten, Bündnisfreiheit für alle europäischen Staaten und was alles zu diesem Korb noch dazugehört. Würden Sie das auch unter das Kapitel Naivität und Idealismus verbuchen? Nein, natürlich nicht. Vielen Dank für die Frage. Denn was hier sichtbar wird, ist natürlich, wenn Krim und Donbass ein Präzedenzfall wird, dann könnte damit eine Tür aufgehen, durch die noch mehr kommen. Und man kann sich ja vorstellen, warum Herr Orban eine gewisse pro-putinische Politik betreibt, weil Ungarn hat 40% oder 60% seines Territoriums nach dem Ersten Weltkrieg verloren und 40% seiner Bevölkerung. Und vielleicht würden die ganz gerne Transsilvanien annektieren in ähnlicher Weise. Und so könnte man das ganze Feld durchgehen und dann hätte man im Prinzip wieder alle Konflikte in Europa auf der Tür. Das heißt, diese Tür muss geschlossen gehalten werden. Aber gleichzeitig sind wir nicht in der Lage zu sagen, wir schnappen uns den Kerl, den Putin, und setzen gegen ihn gewissermaßen diese Normen durch. Weil dafür fehlen uns die Mittel, beziehungsweise der Gebrauch dieser Mittel würde Kosten verursachen, die noch höher sind. Was macht man? Okay, wir frieren diesen Konflikt ein. Aber beide Seiten bestehen auf ihren Ansprüchen und keine wird versuchen, diese Ansprüche mittelfristig durchzusetzen. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Das hängt daran, ob die Russen akzeptieren, was Minsk II heißt, nämlich, dass sie bei Mariupol nicht durchbrechen, was sie könnten. Heißt ein bisschen mehr, wenn es dem Buchstaben nachgehen wird? Ja, natürlich heißt das mehr, aber das ist sozusagen der ernste Punkt. Also Minsk ist nicht gescheitert, wenn in dem Raum Donetsk oder so etwas geschossen wird. Aber wenn Mariupol fallen würde, dann wäre Minsk II vorbei. So. Und das würde dann auch heißen, dass das Konzept Frozen Conflict gescheitert ist. Aber vielleicht halten sie sich ja daran, nicht? Und das ist sozusagen der Lackmusstreifen, an dem man sagen kann, na gut, wir bestehen auf unserer Position und versuchen daraus keinen Präzedenzfall zu machen. Und die Russen halten ihre Ansprüche aufrecht. Und vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder als Deutscher könnte man auch sagen 40 Jahre. In 40 Jahren können wir die Kiste wieder aufmachen und dann verhandeln wir das Ganze vielleicht unter ganz anderen Bedingungen etc. Das meine ich damit. Also sozusagen, es ist gar keine Frage, dass diese Prinzipien aufrecht zu erhalten sind und durchzusetzen sind, weil wir sonst Europa als ein tolles Haus hätten. Gut. Vielen Dank. Und noch eine letzte Frage an Dr. Sahar. Sie haben viel von China gesprochen. Ganz konkret. Wie sollte der Westen sich verhalten gegenüber Menschenrechtsverletzungen in China und der Repression gegenüber denjenigen, wie klein sie als Minderheit immer auch sein mögen, die mehr wollen, mehr an Freiheiten wollen, mehr an Pluralismus wollen, die als Blogger jetzt verhaftet werden oder Intellektuelle, die sagen in die Straflage. Wie sollten wir uns verhalten? Sollen wir das thematisieren? Und auf welche Weise können wir diese Leute unterstützen? Sure. Das ist eine schwierige Frage und eine Frage, und eine Frage, die ich glaube, wir müssen zu grapple mit. Ich habe, in den remarks, dass ich so far gemacht habe, Sie sollten nicht das zu sagen, dass ich sage, dass Sie nichts machen müssen. Ich denke, wir würden in all sorts of wrongs in all sorts of wrongs, wenn wir allowed minorities oder individuals, particularly individuals, be crushed by state power. The question is, how to calibrate the response? And I think one of the things that I would favor is extending the policies of refuge, allowing more migration. I've often made this point to friends and colleagues in the US, for instance, is that if you're really concerned about promoting a civil sphere and education in the long run, the point that Walter was making, education in the long run for China, we want to make it easier for Chinese people, Chinese students, Chinese dissidents, to come, live, work, and circulate between the West and China. And that's one of the things that's incredibly difficult to do now, because the barriers or the limitations on migration, on movement, short-term, medium-term movement, are so high in Europe and the US that you're actually in some sense betraying those people by not letting them come and live and work in the US or in Europe. So it's a kind of reverse response. It's not so much about criticizing China. It's about widening the variety of options available to dissidents in China, that if they disagree, they don't necessarily have to live in China. They can live abroad. They can try and work from abroad. They can have access to greater resources, mobilize, and so on. And this is much of how the world was before the 1920s, before passports and things of that kind and border control became as severe as it was. People moved around. Think about someone like Sun Yat-sen, who fought the Chinese imperial family, the Qing dynasty. He moved between Hong Kong, British Hong Kong, in the Shanghai International Settlement that wasn't controlled by anyone in particular, the United States, Japan. He moved around, and he was incredibly powerful and successful. So I would recommend an indirect strategy, not a strategy of immediate confrontation with China, sanctioning or, I mean, we do some amount of that sanctioning and so on, but I'd suggest opening our doors more. And in the most egregious cases, which I think we do do, maybe not enough of intervening somewhat more. But again, there's a limit to what we can accomplish, and the worst thing would be to say, as with Putin or something like that, that here's a red line and then fail to do something when that red line is crossed. What is within our power is to become a haven or a refuge for people that share our values, and use them to, and give them refuge and use that refuge as a way to allow them to slowly, carefully, over time, build up support for those values. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Diskussion angekommen. Ich werde mich jetzt nicht vorwagen und zu versuchen, ein Resümee zu ziehen, aber vielleicht gab es doch, sagen wir, Mosaiksteine als Antworten im Plural auf die große Frage oder die großen Fragen, mit denen wir hier begonnen haben. Ich würde für mich persönlich im Anschluss an Walter Russell Mead die Konsequenz formulieren, wir sollten uns hüten, in die Falle zu tappen zwischen Werten und Pragmatismus oder zwischen einer idealistischen und einer realistischen Außenpolitik, sondern das Kunststück bestünde aus meiner Sicht jedenfalls darin, die demokratischen Werte und Normen auf eine pragmatische Weise mit einem langen Atem zu verfolgen. Und wie das geht, dafür gibt es wahrscheinlich kein Generalpatent, sondern das muss man tatsächlich von Problem zu Problem und von Konflikt zu Konflikt dann sehr konkret durchbuchstabieren, was tatsächlich unsere Handlungsmöglichkeiten sind, was wir auch bereit sind einzusetzen und wo wir demütig sein müssen und realisieren, dass wir keinen Hebel haben, um jedenfalls kurzfristig Dinge in der Richtung zu verändern, wie wir sie uns wünschen und trotzdem dann zu versuchen, Interessenausgleich und Kooperation zwischen unterschiedlichen Systemen zu ermöglichen. Vielen Dank an die Teilnehmer hier auf dem Podium. Vielen Dank an Sie für Ihr Interesse. Ich hoffe, wir sehen uns bei nächster Gelegenheit wieder.